Hallo meine Lieben, ich bin's die Evelin von der Facebook-Gruppe Happy Snaemail Friends und vom YouTube-Kanal Evelins Welt. Ich habe von da eine Post bekommen, naja von da, sie hätte es mal weg gespürt auch und zwar hatte ich Mail gemacht bei der Facebook-Gruppe Snaemail Inspiration oder ja, Snaemail Inspiration und habe mein Monatthema gehabt ein Backflip zu machen mit dem Thema Disney und ich habe meins bekommen, ich will euch sehen lassen, was ich bekommen habe. So habe ich das Thema sich ausgeforscht mit Mickey Maus, ja, ist doch mooi, hä? Ja, sie hat ja ein kleines Goodie Bag gemacht, ein kleines Backflip gemacht mit was Goodies da hat sie ein paar Klumpen von Minnie Maus, ein paar Schroenen auf so einen Paperclip gezet, mit Brief dabei, dann hat sie hier boven auch so einen kleinen Paperclip gemacht mit so einer kleinen Mickey Maus da boven, auf Minnie Maus. Dann habe ich hier ein paar Tags, das ist auch alles in der Stil von Mickey Maus. Ich habe immer diese, dann diese, dann diese und dann diese. Gewoon die Koppel mit, äh, Schleif, Schleifje bovenop. Und hier diese, die hat sie mit äh, verschiedenen Papieren gewerkt. Dann hier eine kleine Rolle mit Sticker von Minnie Maus. Von Minnie Maus. Schattig. Dann hier, hier bovenin. Oh! Ich weiß nicht, was das hintje ist. Ja. Mal sehen. Alles uit. Ja. Hier habe ich nochmal so eine, so eine Hand von Mickey. Die Brug von Mickey. Ganz lecker Leute getan. Ein Eckbleit mehr. Ich hoffe, dass sie meins auch so Leute finden. Dann hat sie hier so, äh, was Notizenblattes gemacht. In Mickey Maus style. Hier einmal die Minnie Maus. Und dann hier die Strikje. Von her. Von ihm. Dann hier habe ich schonmal auch so kleine Minnie Maus, äh, Stickers. Das habe ich noch helemaal nicht open gedaan, zie ich. Auch alles mini Maus. Ja. Auch so kleine Briefchen in. Und, einmal Blattchen, die ich, äh, nachdem wer für iets kann verwenden. Echt mooi getan. Dann hier so ein kleines, äh, Plastik, äh, Sticker. Ja. Das sieht ein Sticker auf. Hodges & Love. Hier habe ich auch noch so einen Minitech. Und hier hat sie dann auch nochmal, wie so, wie so eine, äh, Flipbook Karte gemacht. Hier sind nochmal zwei solche, auch nochmal zwei Paperclips. Mit, äh, Minimaus. Mit, äh, Strikje. Mit, äh, Strikje. Dann hier auch nochmal jede Menge Tags. Von groß nach klein. Alle mal mit Minimaus. Und, ja, so, so Lepeltjes. Verschiedene Klüren. Dann jetzt Washi Tape. Mit Washi Tape. Hier oben hat der Mickey Mouse Style natürlich. Und hier nochmal, so für Fluffy. Ha, ha, ha. Was Stickers mit Mini, Mini Maus ab. Wenn wir sehen, was ihr in die Packchen seht. Oh, hier sind Mini-Envelopes. Das hatte ich auch gesehen. Da hat sie gerade Mini-Envelopen gemacht. Oh, hier plackt es fast. Hm. Oh, ja. Es geht mal glück ab. Oh, Leute, dann. So kleine Mini-Envelopes. Sind alle mal, kann man alle mal was indun immer. Super gut. Hier sind auch nochmal Style-Ikonen. Oh, hier ist ein lecker Tee drinne. Hm, Kürsch-Sherry. Und hier. Oh, hier sind auch so kleine, kleine Sticker. Pop-Sticker in von Mini. Von Mini und Mickey Maus hier. Und dann mit Brille. Und mit Katze dabei. Ja. Herzlichen Glück. Even bedankt dafür. Die von mir ist auf der Weg. Die von mir ist auf der Weg. Nach denjenigen, die muss gucken. Ich hoffe, dass sie ihn auch so leuk finden. Even bedankt fürs Gucken. Denn dort podr Ja. Take care.